Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial. Heute möchte ich euch einen ganz einfachen Trick zeigen, und zwar wie ihr euer Projekt dreimal so groß bekommt. Und zwar, das ist hier jetzt mal mein Beispielprojekt. Man nimmt jetzt einfach die Maus, markiert das ganze Projekt, dann drückt man Shift, dann zieht man einfach das ganze Zeug rüber. So, und das gleiche machen wir jetzt noch einmal. So, und fertig. So habt ihr ganz einfach euer Projekt dreimal so groß gemacht. Du dachtest, in diesem Video geht es darum, wie man sein Glied in das Dreifache verlängert? Tja, dann nimm dir einfach eine Orange und esse sie. Denn Orangen haben bekanntlich Vitamin C, und die Wirkung von Vitamin C ist nicht zu unterschätzen. Ich wette, ihr werdet Erfolg haben mit diesem wundervollen Trick. Bis zum nächsten Mal.